Wir sind im Ballbesitz, wie weit wollt ihr euch zurückziehen? Ja, ich! Ja, aber wenn wir den Anstest haben und den Ball haben, da brauchen wir uns sicher an unseren 16er-Stellen. Ich meine nur, weil er sich rauskennen wollte gerade, aber er ist ja da zuständig in den Spielen. Buschmann in der Mitte! Sauber, auch mal stark! Probier! Du Alper! Komm! Das war der Dasha! Der Zoschi mal raus! Das sieht auch immer an! Auf geht's auf! Komm, abhört auf! Jetzt nicht durchgehen! Bravo! Bravo, Junge! Anzeig, dass sie dann... Hinten! 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 Jetzt noch mal in der Fall. Aber da darf man nicht frei sein. Links raus, links vorn! Super! Das ist zauber! Wir haben die Kulte und Feier! Dann lässt er den verletzten Spieler ständig die Bälle spielen, gehen auf die Pläne... Ja! Junge, auf! Junge, auf! Meine Frisse, ey, komm, die Scheiße da, Alter. Sehr schön. Sehr schön. So einfach. Sehr schön. So einfach. Genau. So einfach. Genau. Scheiße. So einfach schießen. So einfach. So einfach. Stamm! Der ist in der zweiten Mann. Der ist in der zweiten Mann. Der ist in der zweiten Mann. Ja! Auf Bewegung, kohlen Sie! Ja! Noch ein! Sehr gut! Noch ein! Komm! Jetzt ruhig! Jetzt und dann schneller nach hinten! Jetzt und dann schneller nach hinten! Jetzt ruhig! 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 Oh! Vielen Dank.